Ich will endlich proben! Ich fass es nicht, ein Liebeslied? Ja, Jacob hat das anscheinend drauf. Jacob hat ein Liebeslied geschrieben? Hey, Girls! Hi, Jacob! Oh, hey, Olivia! Unsere Fans! Hier lang, bevor sie uns sehen! Die haben Fans? Nicht nur Fans, kreischende Mädchen-Fans! Die wären garantiert eifersüchtig, wenn sie wüssten, dass der Frontmann der Dream-Boys ein Liebeslied für Olivia geschrieben hat. Hey, was reimt sich wohl auf deinen Namen? Ich weiß, wie wir das rausfinden können. Seht mal! Jakobs Songbuch! Das dürfen wir nicht, das ist privat! Stimmt, aber wenn zufällig eine Seite herausfällt, müsste ich sie aufheben und lesen, damit ich weiß, wohin damit. Lies vor, Andrea! Es ist ein Liebeslied! Hört euch den Text an! Mädels! Das hübscheste Mädchen, das ich kenne! Sie ist so herzlich und witzig dazu! Der Abschied fiel uns so schwer, denn der schönste Sommer meines Lebens war mit dir. An deiner Seite zu sein, bedeutet Glück pur! Du mein ein und alles! Susi! Susi?! Vielleicht ist ihm kein Wort eingefallen, das sich auf Olivia reimt! Hier steht noch mehr! Ich will es nicht hören! Ich hab mein Songbuch vergessen! Oh, danke Andrea! Danke? Wie konntest du nur? Hä? Dein Liebeslied über Susi kannst du haben! Ach übrigens, auf ihren Namen hat sich nichts gereimt! Du bist in Sachen Songschreiben ein hoffnungsloser Fall, wenn es um Romantik geht! Wie kannst du's wagen, nach all dem hier aufzukreuzen? Selbst wilde Tiere benehmen sich besser als du! Ich bin empört! Ich... Ich lösche sofort alles von dir, was auf Olivias Handy ist! Löschen, löschen, löschen! Und falls du ihr etwas sagen möchtest, musst du zuerst mich fragen! Hier, dein neuer Klingelton! Was? Da ist ja dein Songbuch! Wir haben noch mal nachgedacht und glauben, dass du nicht erwähnen solltest, dass Susi dein Hund ist! Hund? Ja! Mein alter Hund! Susi! Awww! Komm schon, Jacob! Wir müssen los! Bolivia! Bolivia? Reimt sich auf Olivia! Jetzt kannst du das Lied doch noch schreiben! Hahahaha! 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 Männchen sind anstrengend! Loser ist sicher! Lesen Ahrikt! Untertitelung des ZDF, 2020